Neun Rennserien, fast 250 Teilnehmer, ein ganzes Wochenende Motorsport pur. Das ADAC Racing Weekend am Nürburgring, mehr Rennsport geht nicht. Von der absoluten Spitzenklasse der GTC-Rennserie bis hin zum Nachwuchs im Tourenwagen Junior Cup. Hier ist für jeden etwas dabei. Organisiert wird das Motorsport-Event vom MSC Borg. Eine große Aufgabe vor allem für die vielen ehrenamtlichen Helfer, weiß auch der erste Vorsitzende des MSC Borg, Jürgen Hieke. Das alles so als Ortsclub ehrenamtlich zu stemmen, ist wirklich nicht einfach. Aber wenn man das dann geschafft hat und einmal hier steht, dann macht es auch wieder viel Spaß. Aber im Vorfeld ist das schon sehr, sehr viel Arbeit. Besonders schön anzusehen sind natürlich die Tourenwagen-Klassiker, die in verschiedenen Rennserien gegeneinander antreten. Und nicht nur bei den Fahrern steigt hier der Adrenalinpegel. Auch für die Helfer aus den Ortsclubs bedeutet so ein Rennwochenende viel Action. Für Leon Sennekamp vom MSC Borg ist dieses Wochenende wieder ein absolutes Highlight. Wenn man hier an der Rennstrecke steht, diese ganzen Rennautos, die vorbeifahren, dieses Adrenalin, was man dabei hat. Oder auch, wenn man zum Beispiel manche Straßen absperren muss für Rennautos und so. Das ist einfach alles in allem, finde ich einfach cool. Vom Ferrari bis zum VW ab. Das Racing Weekend besticht durch seine Vielfalt und hat für jeden Autofan etwas zu bieten. Für Jürgen Schlüter, dem zweiten Vorsitzenden des MSC Borg, geht es kaum besser. Ja, Spaß macht sowas grundsätzlich immer. Vor allen Dingen bei solchem Wetter in der Eifel macht es sehr viel Spaß. Arbeit im Vorfeld natürlich sehr groß. Wir sind seit ungefähr einem halben Jahr mit der Planung beschäftigt. Und das ist eine Sache zwischen dem ganzen Verein und dem Vorstand, dass das Hand in Hand geht. Und das funktioniert sehr gut und deswegen machen wir es auch schon zum 17. Mal. Das ADAC Racing Weekend kommt im Oktober übrigens wieder zum Nürburgring. Mit auf dem Programm natürlich wieder ein ganzes Wochenende. Feinste Rennaction. - - Untertitelung des ZDF, 2020